Und in dem Waggon hier ist noch eine Waffenließe. Sehr schön. Warte, sie lässt nicht schon sowas reinlaufen. Nö, 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 ich bin heute mal lieber. Ok. Wollte noch chillen, dann rüber. Vermisste Vorratskiste geortet. Willst du den Kram einsammeln oder willst du ihn töten? Ich will töten. Mhm. Warnung, Feindkräfte näher an sich. Okay. Hier ist ein paar Beut. Mhm... Pas von da. Okay. Was ist los, was ist das nochmal? Warnung, Feindkraft näher an sich. Was ist das denn? Auf den Typen, den du da beschossen hast. Achso, hier kann man, ok. Komm schon. Was ist das? Was ist das? Oh, das ist noch ein Glaube drauf. Hier ist nur... Weiß. Weiß, weiß, weiß. Hier ist was Grünes. Was ist das denn da hinten? Ja. Was? Da steht ein Google. Was ist das? Er hätte gedacht, dass es so unter Kontrolle ist. Es hat kann man den Kopf in einer solchen Situation nicht... Oh! Die schießen wir. Dann mal los! Schreibe ihn aus der Stimme! Ja! Ja, ja, ja. Das ist eine. Das ist ja. Ah, da war noch eine. Da ist ja gut. Glaub ich nicht falsch, ne? Nö, nö. Schon richtig. Ich will nur mal gucken, ob er eventuell einen kürzenden Weg finden könnte. Bauer dem, aber leider nicht so. Ich will jetzt auf die Fassgelicht. Bo 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 bo. Was ist denn mit auf uns? Was ist denn mit auf uns? Hö. Schießen würde ich auch mal. Natürlich können wir uns immer niemanden nehmen. Das sieht schon toll aus, finde ich. Was denn? Sagst du die Umgebung? Finde ich toll. Ja, ich finde es geil gemacht. Wie gesagt, das Einzige, was mich halt stört sind, wie wir in den Quests. Also Abwechslungsreichheit ist halt nicht gegeben. Aber sonst sieht die Karte echt geil aus. Wenn du hier nur Straßen langläufst, kommst dir nie irgendwie vor, als wenn du auch was schon zweimal gesehen hast. Ja. Vor allem kommst du auch im Bereich, wo du denkst. Ich bin definitiv hier noch nie gewesen. Ja. Na los. Na los. Na los. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Das wissen wir mal. Ich schau. Du hast wirklich einen Arschritt verdient. Und du wohnst. Die sind ja bei uns keine Drohung mehr. Nee, das ist wirklich. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Feindpräsenz verloren. Ersperrte Tür entdeckt. Geisenschlüsse. Geisenschlüsse. Hat er gar nicht richtig. Geisenschlüsse. Ganz viele Tronigteile werden erst gelesen. Zivilisten sind in Sicherheit. Geisenschlüsse. 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 Ja, drei Stück. Gucken wir mal, was ich... Eine große Kiste... Na gut, ein blaues Item habe ich jetzt rausgekriegt. Eine große Waffenkiste drin. Grün. Ja, ja, schon blau, aber... Ja, nichts besonderes, ne? Ja. So, gehen wir jetzt von da aus weiter runter. Gucken wir mal die. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist ganz gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Halt mal. Ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Wird sein. Halt mal. Ach ach. Das ist so gut. Aber das muss erledigt werden. Woher kann der Schuss, hat sie gesagt. Da hast du doch eigentlich nicht mehr gestanden. Ne. So, dann haben wir noch mal Klametskis. Was? Stoff. Stoff. Wollen du Stoff kaufen? Wollen wir sehen, wie du das? Weißt du, du rettest den Leuten hier den Arsch und die schnauzen dich noch an... unfassbar Leider Ja, manche Straßen erinnern mich so richtig schön an Dead Island muss ich euch sagen Wenn du das Spiel so oft gezockt hast wie ich und dann mit Dead Island hast du wirklich zu viele geile, ich sag mal Straßenpassagen auch dabei Die Uhr nicht aussehen Lade Koordinaten hoch 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 JTF Verstärkung angefordert Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkraft nähern sich! Alarm! Sprengvorrichtung wurde entdeckt! Okay, nix klar. Ist noch einer, ne? Da ist noch einer, ja. Steckt sich. Hier ist noch eine Gutkiste. Ich bin gerade aufgefahren. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Da sollen sie sich eben näher, mein Gott. Erprovisierte Sprengvorrichtung entdeckt! Ladung gesichert! Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt! Hier. Dies ist hier bestand. So. So. Hier hätten wir da noch eine. Auf den Dächern kannst du jetzt auch nur Kisten oder sowas finden, ne? Auf welchen Dächern? Ja, du kannst ja mit Unterüberleitern hoch. Und wenn es da keine Questa ist, dann... Ja, dann kannst du. Dann kannst du da einfach mit Kisten kommen, oder sowas, ja. Dann kannst du da einfach mit Kisten kommen, oder sowas, ja. Gebst du denn den blauen Scheiß eigentlich noch auf? Selten bis gar nicht. Du findest ja eigentlich schon dasselbe, ne? Ja. Findest nie was für mich. Danke für das, was sie tun. Und das kriegst du echt nur, wenn die Skins... ...zukaufen. Wir sollten euch überleiten, wo wir alle in der Höhe sind. Schlups! Ja. Außer das hier. Das ist... Das leuchtet sowas von dunkelblau. Alter. Ich habe keine Ver... ...Pandane aufmachen für Knieschuhe, oder? Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ja, wie gesagt, das ist alles Low-Level-Bereich, ne? Also das ist... ...kein 500iger Looter hier drauf. Deswegen ja immer schön chillen. Markierte Feind-Hauptquarture entdeckt! Los! Haltet sich aus! Halt! 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 Feindliches HQ neutralisiert! JTF-Leitstelle informiert! Ein alt Wetterhandschuh So So What? Das ist er I follow you Ja Über unserer Main Base Ist ein Safe House Ja Also Dann kann man einmal aufmunitionieren Dann müssen wir ein paar Sachen verkaufen Oder Auseinanderlegen Betreten eines sicheren Bereichs Kommen Sie und schauen Sie Alles Dissen Dann drücken wir I Dann kommen wir hier So I Hier Hier Was ist denn? Was ist denn? Ich muss mal gucken Waffentechnisch Waffenverkaufen hast du gesagt? Also ich verkaufe alles was grün ist Und zerlege alles was blau ist Okay Dann Was ist denn der Waffenhändler hier? Oder Händler überhaupt Wie mal raus hier Kollege Wo steht die Zeit? Gute Erfreunde sich an Manhattans besten Angebot Waffen Die Waffen die ich angelegt habe Die zeigt er mir ja nicht an Doch Echt? Oh ja Keine Angst Die Schauen Sie wieder rein. Okay. Ja. Hey, man glaub's nicht, wenn man's sieht. Nee, die zeigt ja nicht an. Du kannst dann alles verkaufen, was... Ready. Oh, ach da. Da geht's. Jetzt weiß ich den Weg. Fuß, Fuß. Ohne Navi würde ich mich so drin verlaufen. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Nee, wir kommen's noch den Arsch. Hm, na. Das sind Flitzenmuskulöse immer. Was? Also ich hab zumindest eben ne Waffe gefunden, die besser ist als meine jetzige. Echt? Nee. Gut, dann hab ich meine gekauft. Level... ...19? Weiß es gar nicht mehr so. Level 20 ist die. Ich bin ja grad mal an Level 1. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche! Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Die haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns! Bitte kommen!